Wenn ihr noch günstige FIFA Coins braucht, checkt gerne mal meinen neuen Sponsor FIFA Coins da aus, der Link ist natürlich wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung noch einen freshen Rabattcode, mit dem ihr bei jeder Bestellung noch ein bisschen was sparen könnt, also unbedingt abcheckt. Checkt außerdem gerne meinen Shop aus, da gibt es ab sofort die neuen Nice-Hoodies plus gratis Autogrammkarte, Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Was geht laut und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Pack Opening Bingo auf meinem Kanal. Jeden Sonntag um 10 Uhr allerdings, heute, gibt es ein kleines Special, Leute, und zwar ist heute das Silvester-Special am Start, das letzte Video in FIFA 17. Ich hoffe natürlich, es gefällt euch, Leute, und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Wax ist auch mit am Start, was meinst du? Das letzte Video in FIFA 17. Junge, wir haben FIFA 18 und wir haben im Jahr, wir sind im Jahr 2017. FIFA 18, Liga, komplett vertauscht, ja, alles klar. Aber was geht ab, Leute? Wax hat die Kanone in der Hand, die wird heute gezündet. Hoffentlich, Mann. Was meinst du, wie viele Likes packen wir nochmal für dieses letzte Bingo hier? Im Jahr FIFA 17, im Jahr FIFA 18, ich labere nur Scheiße, Liga. Tut man nicht so für einen Scheißen labern, tut lieber einen Daumen hoch geben. 5.000 Likes für das letzte Video im Jahre 2017 wäre nice, Leute, ihr packt das. Checkt doch meinen Kanal ab, Eigenwärmung muss jetzt auch noch kurz sagen. Ja, labere du einfach, ich habe eh nur Scheiße, ich labere die ganze Zeit. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt ins Video, Leute, bleibt bis zum Ende dran, es waren krasse Karten am Start. Ab geht's. Der Timer läuft, Leute, das letzte Video im Jahr 2017 beginnt. Also würde ich sagen, jetzt, ab geht's. Und ich fange an mit dem 15k-Pack, ganz entspannt hier, ganz entspannt. Los geht's. Ja, ich auch. Ich auch, mein Brudi. So, 83er Plus. Ich dachte, wir starten hier in dieses Video mit dem 83er Plus, Digga. Und du, was hast du? Achso, ganz klare Geschichte. Ich brauche erstmal noch deine Kategorien. Ja, heißt mir, du mir auch gerade aufgefallen. Ich habe meine Kategorien hier stehen und ich wollte dich einfach jetzt gerade fragen, hast du überhaupt schon die Kategorien? Junge, hier stehen meine Kategorien. Ohne Kategorien, Digga. Und der Typ, ich wusste es, Junge, ich habe gesagt, eben schreibt die mit auf. Ich habe hier eben schon einen durchgesagt. Okay, Leute, wir müssen kurz nochmal die Aufnahme. Ich habe gerade auch überlegt, Junge. Der Typ hat doch noch gar nicht meine Kategorien. Junge, ich habe einfach nicht deine Kategorien und wir fangen das Video, wie geil. Einmal mit Profis aufnehmen, okay. Kurzer Cut, dann geht's gleich weiter. So, Leute, nachdem der Typ jetzt auch mal seine Kategorien am Start hat, können wir auch mal endlich hier richtig ins Video starten. Junge, so verpeilt war es auch noch nie. Aber das war wieder witzig gewesen, oder nicht, Leute? Oh, 83er, Till. Guck mal, so fängt es an. 15 KP, 83er, bang. Brasilien, ZDV, Paris, Marquinhos. Geil. War so klar, Digga. Okay, dreimal eine Liga müssen wir haben, ne? Ah, das habe ich nie am Start. Zweimal Serie A, vielleicht noch. Duplikat Serie A, da hätte ich das erste hier. Nein, natürlich nicht. Okay, ich würde sagen, ich komme zu meinem ersten 50 KP. Dreimal England 1, zweimal hier und einmal vorne. Dreimal Liga ist geschafft. Ah, shit, Digga. Okay, 1 zu 0 für dich. Ich komme zu meinem ersten 50 KP. Und wir haben die Kategorie zweimal 83er plus. Das ist... Ey, Mann, Digga, warum? Warum zieht man überhaupt einen Spieler unter 83 in einem 50 KP? Mann, das ist doch verarsche. Samy Slimani, Digga. Semi Slimani, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Wie heißt der eigentlich mit Vornamen, Digga? Semi Slimani heißt der YouTuber, Digga. Der Typ, keine Ahnung, wie der heißt. Wie heißt der? Islam Slimani, Junge. Auch scheiße ist das. Okay, dreimal eine Liga. Jünger, treib dich. So. Premier League. Dreimal Premier League. 1 zu 1, bro. Junge, ich ziehe ein Goldpack und kriege sechs Silberspiele oder so. Was soll die Scheiße? Läuft bei dir, würde ich sagen. Okay. Dreimal eine Liga ist eigentlich relativ easy. Das fällt mir mal gerade auf, ne? Da habe ich auch direkt geschafft, ne? So, ich probiere mal mein Glück aus bei meinem ersten 50er-Pack. Schauen wir mal. Bin ich mal gespannt jetzt hier. Gucken wir mal, ob das besser wird als meins. Kann eigentlich nur besser als meins werden. 83er. Da ziehe ich meinen ersten im 15K-Pack. Und Argentinien. 90K-Pack, Spanien. ZOM. Oh, nein. Egal, 84. 84 plus habe ich Asensio. Oh, nice. Asensio, ich habe Pastore. Obwohl, der bringt mir was, wenn man jetzt noch in 83er drin ist. Aber im 15K-Pack, naja, würde es wahrscheinlich unwahrscheinlich sein. Und so sieht es aus. Was haben wir hier noch am Start? Hunter-Chemies-Stil. Boah, Hunter ist doch so schwer zu kriegen, ey. Man, eben bei dir der Aufnahme-Haptischen-Hunter-Chemies-Stil. Das heißt, jetzt kriege ich hier eh wahrscheinlich keinen. Okay. Hast du immer noch 1 zu 1? Okay, okay, okay. 2 zu 1 für mich, ja, 84er und dreimal Liga. What the first? Okay. Naja, dann schauen wir mal. Aber das ist, das ist noch, das ist noch. Was, Junge? Ihr habt 7 oder 8 Dunrash-Spieler an einem Pack. Was ist das denn schon wieder? 15K-Pack läuft. Ja, habe ich auch die ganze Zeit in den 15K-Pack. Und, oh, Baccajoko. Baccajoko, genau. Hinten als Pilzkopf. Ja, Pilzkopf. Und 1000 Freemans habe ich auch noch. Schmeckt, Digga. Okay, ich gehe zu meinem nächsten 50K-Pack. Das ist so kein Sinn, ey. Ganz ehrlich. Wenn jetzt wieder, ey, der zweite ohne 83er Plus kommt, dann drehe ich hier echt durch, ey. Komm, bitte. Wenigstens ein 83er Plus. Mehr will ich doch gar nicht. Mehr will ich doch gar nicht. Ey, komm, ich reg mich darüber gar nicht auf. Ey, das ist... Aus dem 50er? Junge, das ist das zweite 50K-Pack ohne 83er, Mann. Wie kannst du das nicht verstehen, ey? Du schläfst. Wie kannst du das denn? Hä? Junge. Oh, ich kann das nicht verstehen, Digga. Das ist... Junge. Wie viel Geld gibt man dafür aus, um nix zu bekommen? Jetzt... Junge, ich habe fast kein Duplikat. Bringt mir aber auch nix. Nee, nee, nee. Okay, Junge. Okay, Junge. Ja, Leute. Was sagt ihr eigentlich? Warte mal. Nach dem Pack zeige ich euch mal was. Und dann frage ich euch mal was. Oh mein Gott. Wie kriege ich ein 83er? Ja, naja. Frag mal Milch, Junge. Ich kriege hier auch gar nix. Ich kriege nicht mal aus dem 50K-Pack. Dann ist Ende, irgendwann. Dann ist komplett Ende. So, meine Frage. Was sagt ihr denn zu meinem Coin-Status und zu dem Coin-Status von Till? Ich habe 6,6... Mille, 6,6 Mio am Start. Wie weißt du? 8 oder so, ne? Ich habe 8,2 Mio. Scheiße. Aber wisst ihr, warum wir das machen, Leute? Weil, wenn ihr das Video seht, ich glaube, dann eine Woche später kommt das Team of the Year. Alle stecken Team of the Year in die Kommentare, wenn ihr euch drauf freut. Und wenn ihr euch natürlich dann auch auf unsere Bingos freut. Zum Team of the Year. Letztes Jahr war ja schon Team of the Year am Start. Valentia. Geil, Digga. 40K. Was schreist du so? Oh, mein erster 83er-Plus im 50K-Pack, Digga. Ich fang an zu. So, Bro. 30K-Plus habe ich da mit Valentia geknackt. Nein, Aspili Cueta. Es hätte Sergio Ramos werden können, Bro. 90er-Rating oder Blitzko, oder? Ramos, ja, ne? Ich glaube, er hat 90 oder 89. Aber Aspili. Geil, Alter. Das heißt 84er-Plus, 30K-Plus. Das war es auch. Okay. Naja. Vielleicht ist noch ein 83er drin. Das könnte mich jetzt annähernd retten, Leute. Also, alle Hashtag Team of the Year in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Auf die Bingos zum Team of the Year. Letztes Jahr habe ich ja Team of the Year Dani Alves bei Wakes im Bingo gezogen. Das heißt, wir werden auch dieses Jahr wieder einziehen. Verspreche ich euch, nice, Alter. Van Dijk, Koulibaly und Aspili. Boah, ich habe fast automatisch abgestoßen. Aspili Cueta. Das heißt, 3 83er sogar. Nice, Mann. Das war das erste. Gute 50K-Plus, 1, 2, 3, 4 Kategorien, Bro. Wie viel hast du? Äh, ich habe 3. Oh, läuft bei dir. 4 zu 3. Knappes Ding hier. Aber ich habe noch viele 50K-Packs, Bro. Ich habe die noch nicht gezogen. Noch keins? 4 Stück noch. 4 Stück habe ich noch. Boah, Junge, du hast einen klaren Vorteil. Ich habe noch 2. Ich mache meins. Ich mache meins. Ich habe nur noch 2 Stück. Willi, ist mein Info jetzt entspannt oder so, oder? Ein Walkout, komm. 83er ist drin. Klare Geschichte. Und? Bitte. Ey, du glaubst nicht, wen ich gezogen habe, Alter. Du glaubst nicht. Ich sage nur 100K-Pack-Fu-Champions. Kagawa. Ganz klar, Kagawa. Ey, Leute. Bei mir immer ist Kagawa. Am Start in den 100K-Packs, in den 100K-Fu-Champions-Packs. Jetzt hast du ihn auch mal, Alter. Freu dich doch mal drüber über Chingi. Und ich habe nicht mal 2,83er. Scheiße, Digga. Okay, ich hatte 3 eben. Ich hätte auch, du hättest mir besser mal 3 in einem Pack gemacht. Aber 50K-Pack ist eigentlich schon nicht so krass leicht. 2,83er. Wohl, eigentlich schon, ey. Jetzt sind wir ehrlich, das sind 50K-Packs. Kann man ehrlich auch mal von was erwarten. Ja, ich ziehe jetzt noch eins, Alter. Ich will jetzt. Soll ich noch eins hinterherziehen? Ja, mach, Digga. Hau raus, du musst ja. Du musst ja mal langsam wieder rankommen, hier. Let's go, das wäre krass. Dann wird 2 zu 1 für mich stehen. Dann wird ein Bestraff... Ich habe keinen 83er drin. Ja, jetzt weißt du mal, wie ich mich fühle. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass du einen 50K-Pack ohne 83er ziehst, ey. Freu dich mal drüber. Junge, Moutinho. Ja, jetzt weißt du mal, wie es bei mir die ganze Zeit ist, Junge. Ist die ganze Zeit richtig schlecht. Und die 15K-Packs sind auch kacke. Oh, dann wird's grad traurig. Ja, jetzt weißt du mal, wie ich mich immer fühle. Guck doch dieses Pack an. Stör mal. Das hätte doch wenigstens Diego Costa werden können. Der wäre Walkout. Das ist Aspas. Es ist Aspas. Nicht mal Morata. Nicht mal Morata. Es ist einfach nur Aspas. Geile Sache, ey. Junge, diese Packs, die sind so traurig. Die sind so traurig. Die sind ehrlich. Die sind richtig traurig, ey. So, Leute. Wie viel hast du noch? Zwei, oder was? Ja, zwei. Und ich habe auch nicht mehr viele FIFA-Points. Das heißt, die Zeit ist eh gleich vorbei. Das passt perfekt mit meinen FIFA-Points. Wir müssen jetzt noch was ziehen, Bro. Das kann so nicht enden. Vier zu drei immer noch für dich, oder was? Ja, wir müssen ehrlich. Au, das wäre mal geil. Da würde ich mal hier langsam, wenn es bei dem Stand bleiben würde, auch mal wieder gewinnen. Wie lange hast du das eigentlich nicht gewonnen, sei mal ehrlich? Fünf, sechs, sieben, acht Bingo's oder so, ey. Du gewinnst hier in letzter Zeit nur noch. Ich weiß auch nicht, warum. Der Typ gewinnt nur noch in letzter Zeit. So, ich mal jetzt noch ein 15-K-Pack oder zwei und dann gehe ich zu meinem, ja, vorletzten 50-K-Pack. Hast du schon geöffnet, dein vorletztes? Ne, ich habe noch zwei. Ich habe noch genauso wie du zwei. Okay, ja, dann bin ich mal gleich gespannt. Hier, Hunter-Chemistic kriege ich natürlich auch nicht. Ich habe aber noch ganz viele Vorbesteller-Setungen, die ich jetzt auch öffnen werde, sind ja auch alles 15-K-Packs. Das heißt, die zählen dazu. Die zählen dazu. Die mache ich jetzt mal aufentspannt auf. So, letztes 15-K-Pack. Ja, komm, eins mache ich noch. Eins mache ich noch und dann geht es zu den letzten beiden. 50-K-Packs direkt hintereinander. Und, Junge, wie viele Spiele habe ich denn hier schon da drin? Aber keine davon. Das ist auch nur annähernd, was mir das ist. Ja, hä, nö. Ich dachte, weil das Pack so runterkam, Leute, ihr habt es gesehen, dass es ein 83er ist, aber das war, weil das so ein Preset ist. Okay, letztes 15-K-Pack. Danach mache ich meine beiden. Na, das ist okay. Und diese 15-K-Packs, habe ich es nur im Gefühl oder waren die auch mal geiler in FIFA 17? Die waren auch mal geiler. Die waren ehrlich mal geiler, ne? In letzter Zeit. Junge, 20 Verträge in einen Pack. Heute ist irgendwas in FIFA los, halt, dass man keinen Walkout am Sitz. Okay, bist du bereit für die letzten 250-K-Packs? Ja, Mann. Wollen wir gleichzeitig beide öffnen? Ja, komm, wir machen beide gleichzeitig. 3, 2, 1. Bist du bereit? Ja, ich habe schon geöffnet. Oh, oh, let's go. Er sagt 3, 2, 1 und öffnet dann nicht. Du bist ja nicht bereit, Digga. Geh ein bisschen nach. Ey, Junge! Ja, Mann! 83er. Ja, ich nicht. Ja, siehst du mal, wie der ist. Ey, Spanien schon wieder. Z-U-M. Bevor ich ihm ne Bumme hau. Ich hau Juan Marta gleich ne Bumme, Alter. Das gibt es doch nicht. Wir haben noch keinen einzigen Walkout hier. Oh, Mann, ey. Das ist richtig bitter gerade. An Silvester-Special, wo ich eigentlich meine Kanone zünden will. Wir gehen zum letzten Pack, Till. 10 Minuten sind jetzt auf oben in 10 Sekunden. 3, 2, 1. Let's go. Bitte. Letztes Pack, Leute. Von beiden. 10, 50-K-Packs. Come on. Ja, endlich. Bitte, bitte, Mann. Ey, was geil ist ne Walkout. Bitte, yay. Und Portugal! Richtig, nein. Ich habe auch Portugal gehabt, Junge. Ich dachte, die haben das gleiche Pack. Ich habe Patricio. Ich habe Bernardo Silva. Ey, wie scheiße ist das? Wir haben aus 10, 50-K-Packs. Junge, nicht einen einzigen Walkout gezogen. Aber das Gute ist, boah, sogar... Ja, 2x83, 4 zu 4. Nein, ich habe auch... Ey, scheiße, dann steht es unentschieden, oder was? Ja, dann hast du wieder nicht gewonnen, Alter. Dann hast du die Quote immer noch am Stand, dass du nicht gewinnen. Ey, wie lange, ey? Gab es das schon mal ein Unentschieden? Ich glaube, einmal oder so. Ich glaube, das gab es richtig lange nicht mehr. Ja, das gab es richtig lange nicht mehr. Okay, Leute. Das Video geht also... Ich habe 4, du auch, ne? Ja, 4 zu 5. Okay, das Video geht damit unentschieden aus, Leute. Gab es jetzt auch lange nicht mehr. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, für das letzte Video hier in FIFA 17. Checkt jetzt auch gerne noch die Revanche bei Wakes aus. Link ist natürlich in der Beschreibung. Und checkt noch gerne meinen Shop aus für die Nice-Judis. In blau auf 200 Stück, limitiert in rot. Auf 200 Stück, limitiert und gratis Autogrammkarte. Gibt es auch, wie immer, zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Link ist ganz so nett. Schreiben, macht's gut, Leute. Da rein und ciao. Peace.